Ja, wer sich das Bild ansieht von unserer diesjährigen Firmenaktion Abenteuer Glaube Leben, der sieht einen Hochseilakt, wo ein junger Mensch etwas gesichert versucht, über Balken zu gehen. Das hat etwas mit Mut zu tun, auch mit Unsicherheit, mit Fragen. Und so ähnlich ist ja auch die Situation oft von jungen Menschen, die so auf der Suche sind nach Orientierung, nach Leuten, die persönlich sie auch begleiten können in ihrer eigenen Identitätsfindung und gerade auch auf den Glauben hin, wo man unsicher ist. Was bringt mir der Glaube? Was kann ich über den Glauben erfahren? Und das möchten wir anstoßen, weil ja oftmals auch die Jugendlichen keinen großen Kontakt zur Kirche haben, aber eben durch andere Altersgenossen oder eben durch Menschen, die sie begleiten, dem Glauben auf die Spur kommen können, aber sich auch selbst entscheiden können, sich firmen zu lassen, sich vom Geist Gottes zu stärken für so manche Hochseilakte in der Welt, aber eben auch Welt und Kirche mitgestalten zu können. Dazu möchten wir sie ermutigen und das ist eben für uns auch ein Zeichen in diesem Motto, wo Leben auch oft ein Abenteuer ist, wo der Glaube aber auch helfen kann, uns das Leben zu gestalten, aber auch zu meistern.